Ich habe hier die BetaFPV Lightradio 3 Funke. Das ist die FrSky Version. Und die möchte ich hier mit so einem kleinen Quad verbinden. Das ist ein Firefly, ein SFR Nano Baby Quad. Und hier zu sehen, wichtig, es ist eine FrSky Version. Also kann man den Baby Quad mit der FrSky kompatible Funke binden. Der Baby Quad ist ab Werk auf das Protokoll FrSky D8 eingestellt. Die Lightradio 3 Funke unterstützt mehrere Protokolle. Also muss ich zuerst herausfinden, welches Protokoll hier bei der Funke eingestellt ist. Standardmäßig ist das FrSky D8. In der Bedienungsanleitung finde ich auf Seite 4 einen Hinweis. FrSky D8 sollte beim Einschalten dreimal rot aufblinken. Also sehe ich mir das an. Einschalten. Einmal. Also blinkt die Funke hier nur einmal rot. Und das bedeutet aber, dass meine Lightradio Funke momentan dem Protokoll eingestellt ist. Also FrSky D16 FCC. Also muss ich die jetzt umkonfigurieren, damit die wieder FrSky D8 Protokoll unterstützt. Und das bedeutet, ich muss erstmal die Funke ausschalten. Und beim Einschalten drücke ich diesen Bind Knopf und halte den fest. Und drücke den Einschalt Knopf. Es hat zweimal geblinkt in rot. Also befinde ich mich jetzt in FrSky D16 Modus. Jetzt wiederhole ich den Vorgang. Bein Knopf drücken, gedrückt halten, einschalten. Eins, zwei, drei. Und jetzt ist es in dem FrSky D8 Modus. Jetzt schalte ich ganz normal die Funke an. Eins, zwei, drei. Also weiß ich, dass die jetzt im FrSky D8 Modus ist, weil sie dreimal rot geblinkt hat. Ja und jetzt kann ich die beiden binden. Zuerst wird der Baby Quad im Bind Modus versetzt. Zum Binden wird hier der Bind Knopf gedrückt. Und da steht auch Bind darüber. Zuerst stecke ich den Akku rein. Wenn diese LED hier blinkt, dann ist der Quad noch nicht verbunden. Ich versetze ihn jetzt in Bind Mode. Drücke ich hier diesen Bind Knopf einmal kurz drauf. Und jetzt leuchtet hier diese LED dauerhaft. Also er ist jetzt im Binding Modus. Meine Light Radio Funke befindet sich ja wie zuvor eingestellt im D8 Modus. Zum Binden drücke ich diesen Bind Knopf hier. Dabei sollte ich hier diese Bind LED anfangen zu blinken. Drückt man hier drauf und die LED blinkt und leuchtet jetzt dauerhaft. Also ist jetzt die Funke mit dem Quadscopter verbunden. Ich schiebe den Gashebel ganz nach unten und sollte eigentlich, wenn ich hier drauf drücke, den Motor angehen. Ja und es funktioniert. Nach rechts schwenken, nach links schwenken und mein Quad fliegt. Motor aus. Sollte das Koppeln nicht funktionieren, dann ist vielleicht vom Vorbesitzer der Baby Quad verstellt. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt muss ich mich mit Betaflight verbinden. Oder ich habe hier so ein Speedy B Bluetooth USB Adapter, über den ich mich mit dem Quad verbinden kann. Das ist so ein Adapter. Auf der Seite habe ich einen USB Anschluss. Hier hinten muss ich einen Akku anschließen. Ich habe hier so ein 2S Akku als Beispiel. Zuerst stecke ich den USB Stecker an den Quad. Seid bitte vorsichtig und achtet darauf, dass ihr den Stecker nicht kaputt macht. Also seid sehr vorsichtig mit dem Stecker vor dem Flugkontroller. Ich schließe es an den Akku. Und nun ist der Quad per USB an den Bluetooth Adapter gesteckt. Den Speedy B Adapter kann ich mit meinem Handy oder mit einem iPad verwenden. Hierzu gibt es eine Speedy B App. Die kann ich mir installieren und öffnen. Und heutzutage bekommt man den aktuellen Speedy B Adapter 3 zu kaufen. Ich habe den etwas älteren, der aber sehr gut funktioniert. Diesen Bluetooth Adapter. Ich verbinde mich mit dem Adapter. Dabei muss der bereits an den Flugkontroller angeschlossen sein. Und hier sehe ich der Quad funktioniert. Bei dem Empfänger kann ich überprüfen, ob hier der SPI Empfänger eingestellt ist. Und unten steht das Protokoll. Und hier steht FrSky X. Und das ist falsch. Wir benötigen FrSky D8. Und das wird hier als FrSky D bezeichnet. Jetzt kann ich speichern. Neu starten. Der Quad bootet neu. Und nun ist der Quad richtig eingestellt. Jetzt könnte ich sogar den Quad über diese Schaltfläche binden. Somit muss ich nicht auf dem Bind Knopf auf dem Quad drücken. Ich klicke hier drauf. Man sieht, dass die LED hier jetzt dauerhaft leuchtet. Also ist der Quad im Bind Modus. Bei der Funke drücke ich hier auf den Bind Knopf. Und ich sehe, die verbinden sich. Und nun sind die verbunden. Die LED vom Quad leuchtet ist dauerhaft. Er ist verbunden. Und ich erkenne in der App, dass hier die Steuerung angezeigt wird. Gashebel funktioniert. Somit funktionieren die Knüppel hier korrekt. Sollte der Gashebel hier nicht dem Gashebel auf der Funke entsprechen, dann ist die Kanalreihenfolge vertauscht. Die sollte nämlich immer hier auf AETR1234 stehen. Ist sie zum Beispiel verstellt. Zum Beispiel als TAER. Dann würde man das sofort erkennen, dass sich hier die Animation, also die Drohne dreht und der Gashebel auf dem Kanal 2 liegt. Und das wäre jetzt hier natürlich falsch. Daher kontrolliert das, dass hier AETR eingestellt ist. Und ich kann noch die Schalter überprüfen. Der Motor Schalter ist der SA Schalter und da sollte AUX1 aktiviert werden. Man sollte noch unter Modes überprüfen, ob genau bei dem Schalter AUX1 die Motoren eingeschaltet werden. Zuständig für den Flugmodus. Ist bei mir hier der Schalter AUX2 und das ist hier der zweite Schalter bei mir. Der SB Schalter, der Dreifach Schalter. Und ganz unten habe ich den stabilisierten Modus, Angle. In der Mitte habe ich eingestellt Horizon. Das heißt ich kann ein Looping machen und trotzdem bleibt der Quad danach wieder stabilisiert und fliegt waagerecht. Und wenn ich gut fliegen kann, dann schalte ich den Acro Modus, den ganz nach oben. Dann sind die beiden Zustände ausgeschaltet und in dem Moment befinde ich mich mit in den Acro Modus oder in der FPV Brille wird das als Air Modus angezeigt. Speedybee ist eine tolle App für dein Handy. Hierzu braucht man kein Computer mehr. Man kann alles über ein Handy oder über ein iPad steuern. Man findet hier alle Einstellungen vom aktuellen Betaflight. Und man hat sogar noch mehr Möglichkeiten hier andere Funktionen aufzurufen, wie das Einrichten DSCs und das Konfigurieren und Flashen vom ExpressLRS empfangen. Somit habe ich alles in einer App und kann eigentlich damit alle Quadz einrichten. Natürlich kann man die Light Radio 3 Funke auch gleichzeitig mit anderen Quadz verbinden, wie hier mit dem Meteor 65, der natürlich auch das identische Protokoll haben muss für die Fernstörung. Also hier in diesem Fall Ethersky Protokoll oder Meteor 75 und alle diese Quadz kann ich dann mit der einen Funke fliegen. Also viel Spass beim Fliegen.